Denn wir Muslime, liebe Geschwister, wir sind eine Einheit. Schaut mal, als Allah subhanahu wa ta'ala die Heuchler beschrieben hat, die Heuchler und diejenigen, die die Feinde des Islam waren, sie sind zusammengekommen, um wen zu bekämpfen? In Al-Madina, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Da sagte Allah azzawajal, تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّةً Du denkst, sie sind eine Einheit, eine Gemeinschaft, aber ihre Herzen sind verschieden. Und unsere Herzen sollten nicht verschieden sein. Unsere Herzen sollten alle nur für den gewaltigsten, aller gewaltigsten Schöpfer ticken für Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah azzawajal unsere Herzen festigen und die Liebe zwischen uns vermehren. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Jawm al-Qiyamah genauso im Paradies sitzen lassen, wie er uns hier in dieser Dunia sitzen gelassen hat. Allahumma amin.